Frank Spiegel versteht es wie kaum ein anderer, die Sortentypizität der einzelnen Rebsorten herauszuarbeiten und seinen Weinen damit eine große Eleganz und einen einmaligen Schliff zu verleihen. Ein gutes Beispiel dafür ist auch sein hervorragender Grauburgunder. Dieser ist wunderbar feinfruchtig und saftig, dazu natürlich auch sehr elegant, so wie es sich für einen guten Burgunder gehört. Sein Schmelz und seine Würze runden ihn ab. Es schmeckt mir!